Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier, mein Blut an deinen Händen, mein Schüler Du bist ein Versager, ein Schwestern, ein Verräter Du bist kein Jedi Nein! Nichts! 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 BD? Danke! Lass uns verschwinden! Ich kann's nicht erklären Vielleicht versteh ich's nicht mal Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt Lass mich allein Wie bitte? Alleinlassen? Verloren? Und schutzlos in dieser gefährlichen Welt? Niemals Okay, jetzt ist genug Wer seid ihr wirklich? Taron Malikos Ehemaliger Jedi Genau wie du Wir haben so viel gemeinsam Wir haben Das bezweifle ich Oh Wir haben die Auslöschung überlebt Meine Truppen haben mich verraten Ich war gezwungen ihnen das Leben zu nehmen Und dann bin ich geflohen Zu diesem Einsamen Ort Die Dunkelheit Sie verschlang mich fast Aber ich widerstand Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen Ja Oh Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke Und wir wissen beide Die Macht Ist eine enorm starke Verbündete Nein Nein Ihr nutzt die Macht nur eigennützig Missbraucht sie Das widerspricht im Prinzip Jewege Es sind dunkle Zeiten Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen Werden sie uns Verzehren Ich brauche eure Hilfe nicht Dein kaputtes Lichtschwert Sagt etwas anderes Du hast da drin was gesehen Oder nicht Etwas Furchtbares Es gibt viele solche Orte hier auf Datumieren Komm in meine Familie Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen Vertraute Worte, Malikos Schwester Maren Du solltest lieber nicht zu weit gehen Seit Jahren, sagt ihr die Jedi, hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen Jetzt steht einer vor uns Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen Damit wirst du leben müssen Doch es fehlt dir an starke kleine Hexe Stärke Ihr seid verrückt, Malikos Datumir hat euch verwirrt Und durch meine falsche Loyalität Konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen Anders als die Jedi Die legen Schwestern der Nacht von Datumir Die Iren nicht rein Unser Band Währt ewig Deine Schwestern sind tot Ja All ihre Gräber umgeben euch Zeit zu gehen Schono-Sulana-Demi Tel-Oli-Oli-Ei Dost Gnerische Göre Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr Ihr beide sollt wissen. Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Dathomir. Bekämpft ihr uns alle! Lauf! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF. Was hier hat jemanden angezogen? Energie aus der Ruine? Hier! Hier! Grease soll die Mantis startklamachen! Was ist los? Hier hat eine! Unsere Effekt! Sie verfolgen mich! Und du flügst sie hierher? Treppen! Startklamachen! Bring uns weg von hier! Was hast du getan? Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum! Weg hier! Weg! Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Das Lichtschwert seines Meisters. Was? Ich sah ihn. Meisterte Paul nicht. Es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl! Alles ist zerstört! Ich konnte ihn nicht retten! Kerl, du warst noch ein Kind! Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte! Wenn ich stark und mutig gewesen wäre! Ich hätte ihm helfen können! Ich weiß es! Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passierte! Sie brachten Trillhans Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld! Sie war eine Inquisitorin! Und etwas in mir starb! Ich verlor völlig die Kontrolle! Ich tauchte ab in die dunkle Seite! Und tötete sie alle! Ich verschonte keinen einzigen! Nur sie ließ ich gehen! Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen! Ich war ein Wrack! In mir war nichts als Zorn! Ich konnte ihn nicht unterdrücken! Es gab für mich keinen Ausweg! Und ich wollte nur noch sterben! Doch dann erfuhr ich von dem Holocron! Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt! Was? Steh auf! Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe, und du rettest auch nicht mehr deinen Meister! Es ist vorbei! Aber, Kerl, du musst auch wirklich weitermachen wollen! Und wie? Du wirst hiermit anfangen! Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen! Du wirst dir lynchen! Keine Fl胸 zu leben! Und du wirst du? Karl, man wird dich prüfen. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Die Wahl weiter zu kämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ich bin wirklich gut. Dann können wir mal sehen. Das ist der Jedi-Tempel. Das ist ne Weile her. Aber ja, ich erinnere mich, jeder Jedi kommt als Kind her. Also, kam hierher, als es noch Jedi gab. Das sieht wie ein Durchgang aus. Mit dem Eis passe ich auf. Der schlimmste Blizzard meines Lebens. Der Sturm, der Tempel, alles scheint miteinander verbunden. Der Sturm. Der Sturm. Der Sturm kontiniert über seine Abenteuer und Prüfungen. Der Sturm. Der Sturm. Der Sturm. Danke, dass du da bist. Der Sturm. 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 Wolle. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Er war früher wunderschön. Die Wärme ist angenehm. Was ist das? 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 Was ist das?